Guten Tag, liebe Zuschauer, Zuschauer bei Techniclub Music. Ich könnte mich schon wieder aufregen, ich habe heute nämlich hier so eine Birne, Filamentbirne gefunden, von Osram, 60 Watt, und das sogar neutral weiß. Man kann hier den Aufdruck, glaube ich, lesen. Und jetzt gerade, warte mal, muss ich jetzt mal irgendwie hier fokussieren, dass ich jetzt hier richtig bin. So ist Osram. So müsste das passen. Ja, habe ich heute wieder gefunden und könnt es denken, ihr könnt es euch wieder denken, solche schönen Birnen werden wieder gegen solche Fliegenklatschen montiert. Ja gut, die ist jetzt gerade nicht so intakt. Man hört es, glaube ich. Ja, also, die wird, glaube ich, defekt sein. Man sieht das, glaube ich, hier unten, das Kümmelchen. Da unten müsste es jetzt drin liegen. Ja, da sieht man es genau. Irgendwie ein Glas oder irgendwie liegt da was drin. Auf jeden Fall, ja. Funktioniert. Also, ich habe es da nicht reingedreht. Ich weiß nicht, ich werde es auch erstmal noch nicht tun. Hm, naja. Auf jeden Fall, ich sage schon wieder, Thema Fliegenklatschen. Leute, wann begreift ihr das? Ja, dann, warum lasst ihr, warum lasst ihr diese normale Birne nicht drin? Ja, das verstehe ich nicht. Ja, warum werden draußen andauernd diese Fliegenklatschen montiert? Es reicht langsam, Leute. Es ist doch wieder unnötig Leuchtmittel, also Leuchtmittelverschwendung und die Leuchtkörper, also die, äh, die Leuchten. Unnötig werden sie weggeschmissen. Leute, hört auf damit. Wann begreift ihr das mal? Ich habe ja nichts dagegen, dass ihr so ein LED-Filament einschraubt, ja. Aber damit das Ganze gegen die Fliegenklatschen auszutauschen. Leute, ich seid doch alle bescheuert. Sorry, aber die Lampen, die Hersteller, die müssen endlich mal wachgerüttelt werden. Ja. Und, ja gut, die ist jetzt vielleicht kaputt. Kann ja sein. Aber man kann auch eine neue Filament rein drehen, ja. Die werde ich trotzdem aufbewahren. Gucken, ob sie noch funktioniert wirklich. Und wenn nicht, dann werde ich gucken, hier versuchen, aufzumachen, dies hier, dass ich dann den Glaskolben für was anderes verwende. Und dann, oder die einzelnen Filamente mal teste, ob die funktionieren. Aber sonst, ja. Bis zum nächsten Mal, euer Techniklampen German Light. Äh, German, äh, Techniklampen Music, immer noch. Bis zum nächsten Mal, ciao. Das ist nur Flüßen.